Scheiße, ich bin 50 Baby, wie konnte es geschehen, dass ein junger Mann wie ich und ein... Was sagst du dazu? Er ist schön punkig. Er ist super punkig, finde ich. Er regt zum Nachdenken an über sein Leben, beziehungsweise ist sein Leben oder sieht man sein Leben noch so, wie man es mit 16 sah, beziehungsweise was für Träume man hatte und ob man sie heute noch versucht zu erfüllen oder schon erfüllt hat. Ja, gut zusammengefasst. Denke ich auch. Erschienen ist das Ganze am 29. Januar, also vor ein paar Tagen erst. Der Link zum Song, wie immer, bei uns in der Beschreibung. Genau und wir sind auch nicht die Männer der großen Worte, sondern einfach nur authentisch, direkt. Wir empfehlen den Song weiter. Und sowas von. Also, anschauen, Deutsch hören, Meinung bilden, ihm Kommentare dalassen und uns eventuell auch noch. Genau. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ja. Bleibt gesund. Tschüss. Ich bin 50, Baby. Wie konnte es geschehen, dass ein junger Mann wie ich und einen ist …